Pick and Jog, be a hero, das ist der Schlachtruf der Plogger. Die schwedische Trendsportart Plogging verbindet Sport mit Umweltschutz. Plogger ziehen zum Jogging Handschuhe an, stecken sich einen Plastikbeutel ein und halten Ausschau nach Abfällen mit nachhaltigem Erfolg. Inspiriert durch das Beach Cleanup der Surfer im Kampf gegen Plastikabfälle im Meer hat Plogging sich zu einer neuen urbanen und weltweiten Trendsportart etabliert. Plogging ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für unseren Körper. Durch das Stoppen, Bücken und Weiterlaufen entsteht ein natürliches Intervalltraining, das das Herz-Kreislauf-System zusätzlich in Schwung bringt und die Fettverbrennung anregt. Am 21. September findet dieses Jahr der World Cleanup Day statt, an dem sich mehrere Millionen Menschen weltweit beteiligen. Und das ist gut so, denn Jogging in einer intakten Umwelt macht einfach mir Spaß.